Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder miteinander ein paar Minuten Zeit verbringen können. Kennt ihr den Spruch aus dem Johannesevangelium, wo es heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Ja, ihr Lieben, es ist Frühling. Die Natur blüht und es sprießt. Neues Leben erwacht. Ich finde den Frühling wirklich schön. Alles verändert sich. Blumen kommen ungefragt aus dem Boden und verzieren meinen Garten. Einfach wunderbar. Für mich ist dieses Blühen außerdem ein Symbol für die Auferstehung. So wie jedes Jahr neues Leben hervorkommt, so ist auch uns Menschen verheißen, einmal auferweckt zu werden. Welch ein Segen. Aber auch im Alltag wünsche ich mir dieses Neuwerden. Mir geht es beim Spazierengehen in der Natur so. Die Beine und die Arme werden wieder locker. Neues Leben fließt dann nicht nur durch die Blumen und Bäume, sondern auch durch mich. Was mich lebendig macht, nehme ich dankbar aus Gottes Hand. Ich spüre, wie sich die Natur mit mir verbindet. Der Duft nach einem Regenguss oder der Geruch im Wald. Ich atme und lasse die erfrischende Luft in mich hinein. Ihr sollt in mir sein und ich in Euch. So formuliert es Jesus. Er spricht vom Weinstock und den Reben, die ja untrennbar zusammengehören und miteinander verbunden sind. Jesus fordert uns auf. Bleibt doch in mir. So werdet Ihr versorgt mit allem, was nötig ist und bringt gute Früchte. Und das zeigt ja das Bild vom Weinstock besonders deutlich. Er bleibt auch in uns. Es ist ein gegenseitiges ineinander bleiben. Ich verstehe es wie ein Ein- und Ausatmen, wie etwas Zusammengehöriges und sich ergänzendes. Ich bin nicht allein, sondern mit Jesus verbunden. Ich werde inspiriert und erneuert. Ich werde erfrischt durch seine Worte. Es sind Worte wie die von der Liebe, wenn Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder auch eine Ermutigung. Dein Glaube hat dir geholfen. Und schließlich die Verheißung. Ihr könnt bitten, um was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Die Worte Jesu einatmen wie kühle, frische Luft. Das geht eben durch die Verbindung zu anderen, zu euch, über das Internet oder auch über das Smartphone. Aber genauso, indem ich die Bibel in die Hand nehme, einen Text daraus lese oder über einen Psalmvers nachdenke. Auf diese Weise gehen seine Worte in mich hinein. Und meine Worte kehren im Gebet zu ihm zurück. So ist Gottes Wort lesen und hören wie einatmen und zu Gott beten wie ausatmen. Die erfrischenden Worte Jesu durchdringen mich. Und diese Frische gebe ich ganz automatisch an mein Umfeld weiter. Das sind dann die guten Früchte, die aus der Verbindung mit Jesus Christus entstehen. Liebe weitergeben. Hilfsbereit für andere sein. Gute Frucht bringen. Und da stelle ich fest, die Verbindung zu Jesus Christus macht mich immer wieder neu. So wie der Frühling die Natur erneuert und ich frische Frühlingsluft ein- und ausatmen darf. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Genießt den Frühling mit all seinen Düften und Farben. Bis zum nächsten Mal. Euer Eberhard.